... ... ... ... Was ist das denn? Oh, liebe Mutti, das ist das wirklich, als ob man mit dem Kipfer reißen würde. Warst du auf der Toilette? Stimmt, ich muss auf die Kipfer gehen. Peter? Schieße abgewendet, ich bin unterwegs. Okay, ich werde Sie besprechen. Wir sagen, ich stehe nicht bei der Autofarmierung, wenn wir das haben. Du fährst 3000 Kilometer mit einem Hahn? Ja, er ist... Sarah? Hi, jetzt geht ein Fremdway. Ich bin unterwegs mit Peter, die geht zu uns. Das geht nur durch die Erfingung. Gut, gut, ich will nur sagen, ich habe hier verfehlt und es geht ihm sehr gut. Und die Wienkruppe und dann war der Tag erfolgt. Das ist ja nicht von Ihnen. Ach, Sarah, kann ich noch eine Sache? Haben Sie halt eben guten Friseur? Ich habe seit kurzem eine Dauerwelle und die muss super gepflegt werden. Was habe ich jetzt nicht verstanden? Ich kann eine Dauerwelle? Ja, bitte, bitte, eben eine Dauerwelle. Die ist großartig, bitte. Geben Sie mir bitte wieder meinen Mann. Ja, bleiben Sie dran, Sie überlegen, ich weiß. Jetzt läuft es auch so Bescheid. Oh, ganz furchtbar. Ja, Gott stimmt. Mach dir keine Sorgen. Sie ist vollkommen seriös. Ich habe sie erst im Internet. Geben da! Hi, jetzt Ethan, ich habe vorne angerufen. Hey. Hi. Du weißt ja, aber schnell. Ja, wir waren in der Nähe. Ich bin Ethan, bis zu später. Sind Sie ein Bruder? Warum? Sind Sie keine Apothekerin? Okay, Sie sehen nur einfach sehr offiziell aus. Und Sie wissen ja, wenn ich Sie trage, ob Sie in Bruder sind, und Sie sind in Bruder, müssen Sie ja sein. Das ist schon nicht vollkommen gut. Aber ich bin kein... Ja, jetzt reiche ich weg. Ich mache die sechs. Also... Was, das ist denn die Erste? Ja. Scheiße, das habe ich die ganze Zeit nicht gewohnt. Wir sind ja echt unheimlich. Ich denke mal. Komm rein, Edi. Ich habe das hier jetzt in der Küche. Ja, das ist schon. Hey, Kienhausen will noch ein Kiener sehen. Das ist nicht nur zu während wir sitzen schauen. Alles gut. Danke. Wer bist denn du? Der Bekommung. Ich bin Peter. Ich bin Alex. Das ist Patrick. Ja, Alex. Wir haben das eigentlich. Hä, was war denn das jetzt? Alex ist auch. Der hat ja auch noch. Ja, dann machen wir das auch. Ja, da ist es. Das habe ich gerade reinbekommen. Eine afghanische Mischung. White Lado and Angel 47. Das heißt, ich stehe nicht auf Mischung. Irgendwie für den Hang ein bisschen wie von zuhören. Alkohol ist. Okay. Cool. Alles nass vielleicht was. Das hat einen tollen Körper. Oh, das ist ja einfach total super. Oh, das ist nur Barry. Hey, Barry. Hallo, ich bin hinten. Oh, das ist ja. Ja, das ist schon. Das ist nur noch vor mir. Super, gut geworden. Das ist super, gut geworden. Danke, aber das ist keine Gauwende. Das ist natürlich. Immer schon, der Gauwende. Was, Mann? Der Gauwende ist ja sehr Gauwende. Oh, das ist keine Gauwende. Oh, mein Gott. Das sind nicht deine echten Haare. Wo kann man denn so was machen? Das ist doch wieder. Das ist doch wieder. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Oh, mein Gott. Das ist doch ein Scherz. Ich meine, das sind doch nur andere Wichser, die so was machen lassen. Oh, das ist komisch. Sehr gut. Das ist doch ein Scherz. Wo wohnst du? Los Angeles. Und da sind die Karte jetzt? Mhm. Nehmst du uns nicht dahin? Nein, es gibt da so eine Organisation, die nennt man Blumenland. Was ist denn das? Ich bin Frankreich. Das ist doch ein Scherz. Ich bin zum ersten Mal. Warum hast du so was an? Nein, einfach da. Das klingt doof aus. Ich bin nicht. Und nun, weg in der Weg. Kiss. Kiss. Kiss, bitte. Hör auf da, miss. Kiss. Kiss. Bitte raus. So, ab. Hörst du? Das bin ich nicht. Das weiß ich. Du musst Reggie vielleicht mal. Die Lächeln machen. Hörst du jetzt auch? Das war ein Scherz. Alles okay, guck mal. Keine Ahnung. Was? Nein. Komm, komm. Und jetzt, kommst du so hin und sagst, komm, Frau Leone. Das hat mir gerecht. Du warst nicht einmal im Anstand und nennst mich im Pater. Du kommst dann und halb dir heute meiner Tochter in mein Haus. und bittest mich um einen Mord. Und zwar für Geld. Aber das ist keine Gerechtigkeit. Wahnsinn. Ich hab ne Gänsehaut. Ich hab ne zweite Abschnitt. Der Satz mit dem Mord. Das ist so schreckfantastisch. Danke. Ich hab die Essen trainiert, damit sie echt bleibt. Das ist das selbe Stube? Nein. Das war die Mafia. Alles in Ordnung? Sind Sie schön brav gewesen? Das war. Total brav. Ja, gut. Wir haben ja tolle Kinder. Okay. Das ist das selbe Stube. Okay. Okay. Alles gut, Setscher. Das Gute mit deiner Schauspielerei und so weiter. Das war. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020